3. September 1987, es gibt Wham Boys, Bananarama Girls und dann gibt es mich. Wer will Schriftsteller werden? Die Schriftsteller, die ich bewundere, bewegen etwas. Hör zu, wenn du Erfolg haben willst, mach es wie die Juden. Das ist ziemlich rassistisch, Dad. Halt dich von den Mädchen fern! Habt ihr Sprengsteins-Fans nach dem Film geworden, denn ihr seid zu jung, dass du Sprengsteins-Fans vorhin bist, oder? Ja, wir haben. Wir können das beide sagen, als ein, ich war zu sagen, trifecta, das bedeutet drei Leute, als ein Duell. Wir sind jetzt Sprengsteins-Fans, das ist eine wunderschöne Sache, als 21 Jahre alt. Bruce ist der direkte Draht zur Wahrheit in dieser beschissenen Welt. Echt jetzt? Danke mir später. Ich hatte keine Ahnung, dass Musik so sein kann. Als würde Bruce alles kennen, was ich je gefühlt hab, alles was ich je wollte. Das nennt man ehrliche Musik. Sprengsteins-Fans. Aber wie ist deine Singen gekommen? Ich weiß nicht, wie ist es? Ich mag es. Ich mag es. Ich werde dir ein snippet von Thunder Road. Okay. Ich bin jokiert. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Du hast eigentlich lernen, wie zu brechen aus, oder? Ja. Das war eine große, große, große Teil für mich. Weil es war so, dass ich als Charakter singen musste und nicht als selbst. Und dass der Charakter nicht plötzlich riefen würde. Mit seinen Melismas etc. etc. Aber um zu singen die Worte mit einem Level von Gratitude zu der Person. Bruce singt darüber, sich nicht von der Härte des Lebens davon abhalten zu lassen, das Beste aus sich rauszuholen. Meine Hoffnung ist eine Brücke zu meinen Träumen zu bauen. Aber keine Mauer zwischen meiner Familie und mir. Die Themen sind so großartig. Es geht um Familie. Es geht um Growing Up. Es geht um Liebe. Es geht um Rassismus. Es geht um so viel. Ist es eine sehr wichtige Botschaft? Für mich eine sehr wichtige Sache ist, dass es viele verschiedene Verhältnisse in es gibt. Du hast Jarvis' mit seinem Freund, der seine Leben ändert, nachdem er ihn mit Bruce Springsteen erinnert. Du hast seine Freundin mit seiner Freundin in dem Film. Die Musik, die Möglichkeiten, das will ich alles selbst erleben. mortgage der Women Werder Video ist Working